Am 13.11.2024 um 14.53 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einer hilflosen Person zur Oppelner Straße alarmiert. Der Krankentransportwagen 23 und das Ordnungsamt wurden hinzugerufen. Zwischenzeitlich fiel der Patient von der Liege im Krankentransportwagen. Das Notaus Einsatzfahrzeug 1-2 wurde nachalarmiert. Anschließend wurde der Patient in ein Krankenhaus transportiert. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.